Immobilien sind mein Leben und ich helfe Ihnen, Ihre Traumimmobilien zu finden. Hallo Leute, ich begrüße euch zu einer neuen Folge Immobilien sind mein Leben. Zu meiner Rechten sehen wir den Verantwortlichen des Gebäudes, nämlich den Wladimir. Wladimir, ich grüße dich. Morgen. Wie Wladimir gerade gesagt hat, er hat vier Jahre gearbeitet und es ist einem jetzt passiert und guckt mal an's. Ist gut, ich mach das schon. Mensch, die Maler haben wirklich tolle Arbeit geleistet, sieht wirklich richtig gut aus. Da haben einige Leute hier richtig Zeit und Geld investiert. Du, Wladimir, lass gut sein. Ist man nicht jetzt, man. Fernsehen ist da. Aber Chef, musst du arbeiten hier? Setz dich drin hin, ruf dir eine Frau an. Wir haben einen Keller, Chef. Chef, mach ihn. Große. Wir gucken uns das jetzt einfach mal zusammen an. Chef, ja, 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 mach ihn, ja. Goldener Türknauf ist natürlich Standard hier bei dem Preissegment. Wenn man dann die Türe öffnet, dann sieht man schon, geh mal durch, sonst sehen sie das nicht. Der Holzboden wird gerade neu gemacht, da waren Fresswürmer drin, die haben das ganze Holz zerfressen. Schaut euch diese Decke an. Schaut euch diese Decke an. Es ist wirklich... Mann, das staubt jetzt hier. Wladimir, lass das hin. Das Fernsehen ist hier, den brauchst du jetzt nicht machen. Das wird hier das Schlafzimmer. Das brauchst du jetzt nicht machen. Hör mir jetzt zu, sonst gehst du raus. Ich meine das ernst, das Fernsehen ist hier, das geht hier um eine Menge Geld. Aber du machst ja ein Arbeiten. Ja, wenn ich nicht hier bin, kannst du arbeiten. Jetzt machst du, was ich dir gesagt habe. Hast du mir verstanden? Ja, wenn man hier im ersten Stock residieren darf. Wladimir, hast du oben aufgeräumt? Können wir uns den Ohr ankicken? So, geh mal weg, Misty. Wir werden uns jetzt hier noch einmal kurz den Garten ankicken und dann werde ich mich auch schon verabschieden. Wie geht's jetzt hier? 15 Quadrattausend Kilometer Fläche, ein paar Hecken, Umrandungen, eine Säumung mit einem schönen Zierrasen aus England. Und das geht so nicht weiter mit Wladimir. Ich muss sich nur was hinfallen lassen. Das geht nicht. Nichtsdestotrotz haben wir eine Menge geschafft. Ich fahre jetzt weiter in das nächste. Da werde ich euch dann auch nochmal genau zeigen, wer hier kommen wird. Und das ist nochmal besonders interessant. Ich freue mich, wenn Sie auch nächstes Mal wieder einschalten, wenn ich mit meinem Daimler dann nochmal ankomme entsprechend. Und ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Wai, und ich freue mich, bitte. なく machwell nicht. Und ich freue mich, bitte. Und wirbleiben tun .